Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schemeyer, Paterpoit, Beziehungscoach, Kursi-Logo und so weiter, Hamburg, Berlin, Neo von Murnau, Neo von München, diesmal Videoblog und heute geht es mal wieder um das Thema Verlustangst. Das hatten wir ganz lange nicht mehr und ich habe so gefühlt das Gefühl, dass wir jetzt ganz viel über Bindungsangst geredet haben, der neue Kurs passive Bindungsangst ist raus und ich kann immer wieder sagen, ich habe das früher auch nicht verstanden, dass diese Punkte ganz eng zusammenhängen. Ich glaube, ganz viele Verlustängstler haben auch passive Bindungsangst, weil wenn es nur Verlustangst wäre, dann bräuchte es ja nur sozusagen den richtigen, den man datet, der einem keine Verlustangst macht und dann ist alles gut. Aber wie wir alle wissen, ist es ja häufig so zu den Bad Guys und Crazy Women oder wie auch immer man das nennen soll, da man dann Verlustangst und mit denjenigen, die es eigentlich gut mit uns meinen oder emotional stabil sind, da ist man dann nicht, ah prima, jetzt habe ich den richtigen gefunden, sondern hat man häufig Bindungsangst. Aber egal, ich weiß, dass ganz viele zu mir kommen, die sind natürlich aktuell oder auch über einen langen Zeitraum schon in der Verlustangst und ich kenne das von früheren Beziehungen, insbesondere eine, die ich so in den 20ern hatte, hatte ich ja auch in meinem zweiten Buch drüber geschrieben. Ich kenne das sehr gut, das Thema, wie einen das komplett zerlegen kann und auch, also ich habe das eigentlich gleich schon am Anfang meiner Beziehungskarriere festgestellt, dass man mit manchen Menschen eben krasse Verlustangst hat und mit manchen eben gar nicht. Also man, es ist glaube ich, man kann es nicht isolieren von dem Menschen oder der Situation, das muss ja auch nicht immer der Mensch sein, das kann ja auch sein, dass jemand, was weiß ich, aus irgendwelchen anderen Gründen nicht erreichbar ist oder irgendwelche anderen Schwierigkeiten gibt, dass das so anträgert, aber meistens, gut heutzutage ist man ja nicht immer erreichbar, ja liegt es eben auch immer an der Art, wie dein Partner die Beziehung führt. Also ich glaube immer noch, mit einem bindungssicheren Menschen Verlustangst zu erleben, ist fast eine Kunst, das wird zu schnell nicht passieren oder nicht in diesem Ausmaß, wie das halt ist, wenn wir jemanden daten, der auch sich so verhält, dass man sich auch nicht sicher fühlt. Aber sei es, wie es sei, wir können ja noch auf unserer Seite gucken und ich glaube tatsächlich, so schlimm Verlustangst auch ist, glaube ich, aus heutiger Sicht, beziehungsweise weiß ich für mich aus heutiger Sicht, dass Verlustangst eine Illusion ist, das ist einfach eine komplette Illusion. Also diese Idee, dass du einen anderen Menschen bräuchtest oder die Zuwendung von einer anderen Person ist eine komplette Illusion. Das ist einfach nicht so. Und jetzt kannst du dich sagen, ja, ich fühle es aber so. Ich habe das Kennensituation in meinem Leben, wo ich das krass gefühlt habe und ich glaube, das sind Momente, also diese Verlustangst und auch Liebeskummer sind Momente, wo wir regredieren, also so zurückgehen auf unser inneres Kind und ja, in bestimmte schmerzhafte Zustände, die ja jeder von uns auch irgendwie mal erlebt hat, einer mehr, der andere weniger, regredieren. Und dieses innere Kind, das innere Kind, klar, das ist natürlich, klar, als Kind kannst du dir natürlich nicht leisten, dass Mami nicht da ist oder Bezugsperson und rastest dann aus und willst sie wieder haben und so. Aber es ist ein innerer Kindmodus und der entspricht nicht der Realität, wenn man erwachsen ist und gesund und ich weiß nicht mehr was. Ich habe das früher auch schon solcherlei Aussagen gehört, als ich selber noch Thema hatte mit Verlustangst und dachte immer, ja, ich höre das und ich verstehe es aber nicht und das geht jetzt vielleicht auch so. Und trotzdem kann man es irgendwie nicht anders sagen. Es ist einfach eine fucking Illusion, weil, also wenn du meinst, du brauchst anderen Menschen um dich rum, dann heißt das eigentlich, dass deine inneren Eimer nicht gefüllt genug sind, was jetzt keine Kritik ist oder so, überhaupt nicht, ne? Also es geht ja jedem von uns irgendwo so und jeder ist auf seinem Weg. Aber das heißt eigentlich, dass man sich selbst nicht genug mit Liebe besetzt, dass das Leben nicht interessant genug ist, dass, ja, dass man noch nicht, noch nicht in der Lage ist, sein Leben so aufzustellen, dass es auch ohne den Menschen, der ständig an der Seite ist, interessant ist, so, ne? Nichts anderes heißt es eigentlich, ne? Man könnte es auch, wenn man so will, spirituell sagen, man hat noch nicht durchgestoßen zu dem spirituellen Kern in einem, der sowieso mit der universellen Liebe verbunden ist und bewegt sich noch in, das hatte ich auch mal in so einem Video gesagt, in den Schichten von Gedanken, Glaubenssätzen, Emotionen, Körperlichkeit und Ego und so weiter, wo diese Mangelgefühle auftreten, ne? Weil in diesem spirituellen Kern, was nicht leicht ist, da durchzustoßen oder manchmal passiert es aber auch spontan, ähm, existiert, existieren diese Probleme gar nicht, ne? Jetzt kann ich auch nicht sagen, dass ich da immer einen Zugang zu hätte, aber ich muss tatsächlich sagen, dass, äh, das muss ich wirklich sagen, ich würde überhaupt nicht sagen, dass ich alles in meinem Leben bewältigt habe, aber das Thema Verlustangst, ähm, ist bei mir durch, würde ich mal sagen, ist echt durch. Äh, äh, will jetzt nicht sagen, dass es mal wieder aufflammen könnte oder dass einem bestimmte Sachen leidtun könnten oder dass man mal traurig ist, überhaupt nicht, aber dieses ekelhafte, krasse kann ich mir persönlich nicht mal vorstellen. Außer ich würde wieder, äh, keine Ahnung, wieder heiß-kalt-Kandidaten daten oder so. Ich glaube dann, man könnte, man könnte da immer wieder reinkommen, aber solange man das nicht macht, äh, wüsste ich jetzt nicht so. Ähm, ja, jetzt fragst du dich natürlich, wie kann man den Verlustangst überwinden? Und ich kann für mich nur sagen, äh, und auch, was ich bei Klären natürlich sehe, aber ist jetzt meine persönliche Meinung, ist schon wichtig anzugucken, warum habe ich das vielleicht so ausgeprägt, was für, äh, äh, Mangel-Erfahrung habe ich vielleicht, äh, in der Kindheit gemacht. Das ist alles super wichtig, auch diese, ähm, ja, ob das jetzt in der Therapie ist oder ich weiß nicht was, diese Emotionen sich, ähm, anzuschauen, die da noch versteckt sind, äh, in irgendeiner Weise einen konstruktiven Umgang damit zu finden, vielleicht auch mal die eine oder andere Sache einfach mal rauszulassen, auch die Wut, die da vielleicht mit einher geht. Ähm, alles, äh, wichtige Prozesse, aber ich muss tatsächlich sagen, ähm, was bei mir da einen Durchbruch gebracht hat, ist, ähm, ja, diese Trennungskompetenz sozusagen, also, äh, weil, oder, ja, Trennungskompetenz sage ich ja immer eher im Zusammenhang mit Channels und Dealbreakern, aber bei Verlustangst ist es eben auch ein wichtiger, wichtiges Tool, äh, wenn irgendwas nicht läuft, auch wenn du Verlustangst hast, dich trotzdem trennen zu können. Jetzt fragst du natürlich ja, wie komme ich denn an diese Trennungskompetenz und das ist so ein bisschen so wie, weiß ich nicht, wenn du eine, irgendeine Phobie hast und du musst es einfach, äh, üben, du hast eine Spinnenphobie und eine Spinnen in der Hand oder, äh, apropos, ich hatte irgendwie so eine Horrorspinne, es gibt ja so große Spinnen, aber egal, äh, du musst diese Spinne raustragen oder, ähm, was weiß ich, du hast eine Flugphobie und du fliegst oder, keine Ahnung, ähm, ist das tatsächlich meiner Ansicht nach mit Trennungskompetenz genauso. Das lernst du, indem du es machst, obwohl du Angst davor hast. Obwohl du Angst davor hast, äh, machst du es einfach, weil du einfach sagst, hey, was soll passieren? Ich meine, klar, gebrochenes Herz fühlt sich scheiße an, aber indem du das in den Momenten sagst, was soll denn wirklich passieren? Also, das wird mich nicht umbringen und, ähm, das Leben geht weiter und, äh, und selbst wenn du das in dem Moment nicht so richtig glaubst, dass du das Vertrauen hast, dass du schon irgendwie, ähm, aufgefangen wirst vom Leben so und das dann einfach machst und dann feststellst, ja, es fühlt sich scheiße an, aber, äh, ich kann es überleben und dafür ist auch häufig so eine Datingpause super gut, weil man, klar, wenn man sich dann gleich den Nächsten sucht, dann ist natürlich nichts gewonnen, ne, also indem du wirklich sagst, äh, ja, ich, äh, gehe mal durch eine Pause durch, wo ich, ähm, nicht nur niemanden date, sondern ich flirte auch nicht, ich mache einfach gar nichts, bin hier auf einer Dating-App, ich gucke niemanden an und, äh, entziehe mich mal von diesem romantischen Scheiß irgendwie so, ne, ähm, und dann feststellst, ja, nach so einem gewissen Entzug, äh, der natürlich erst mal da ist, äh, ist eigentlich gar nicht so schlimm, ne, ist gar nicht so schlimm und, ähm, dann machst du, brauchst, musst dich vielleicht nochmal trennen und nochmal trennen, also ich finde tatsächlich, dass so eine, äh, manchmal so abgebrochene Beziehungen, Dating-Versuche, äh, sehr interessantes Übungsfeld sind, diese Trennungskompetenz nicht, dass man sich dann extra trennt, das soll man natürlich überhaupt nicht, aber, äh, wo du dann feststellst, boah, es ist, es ist wirklich machbar und, äh, dann entsteht so eine Sicherheit wie bei vielen Sachen, letztlich eine soziale Kompetenz, ne, sich trennen zu können und auch allein sein zu können und das kann man einfach üben, indem man es macht, so, ne, und noch, dann kommt natürlich noch dazu, ähm, glaube ich, das ist vielleicht auch eine Alterssache, dass man, ähm, auf vieles vielleicht ruhiger guckt, sag ich mal und diese ganze Aufregung, ähm, ja, rund um Dating zu einer gewissen, also natürlich schön, sich da reinzustürzen, aber auch mit einer gewissen Distanz anguckt und vielleicht braucht es auch, das weiß ich manchmal nicht so richtig, ob es soll, manchmal mit Ed, Anführungsstrichen, ich bin ja noch nicht so alt, mit 27, aber, ähm, dass man sich irgendwo, ähm, auch, ich weiß noch nicht genau, woher das kommt, was, ich könnte ja mal in die Kommentare schreiben, dass, ähm, auch, man wirklich Zeit für sich braucht und das immer auch mehr wertzuschätzen lernt, ne, ich glaube, viele können das ja auch total gut und haben dann eher Schwierigkeiten, sich wieder zu öffnen für jemand so, ähm, und ich fand das jetzt auch noch mal in dieser Pandemiezeit und überhaupt, wenn man sich irgendeine Richtung entwickelt und Menschen kommen vielleicht nicht mit oder gehen einen anderen Weg, äh, muss man sowieso immer wieder loslassen und, aber das soll jetzt kein Loblied aufs alleine sein, alleine sein, weil ich glaube, es ist einfach auch, in einer tollen Gemeinschaft zu sein oder in einer tollen Beziehung zu sein, ist natürlich auch irre bereichern, total schön, irgendwie so, aber ich musste, ich hatte neulich mal ein Video geguckt von, ähm, komme ich jetzt nicht drauf, irgend so ein ganz bekannter Guru, komme ich gerade jetzt nicht drauf, ähm, Satguru, genau, und das fand ich, fand, das fand er echt, der hatte recht, der hat gesagt, ähm, hey, dieses alleine sein auch, das wollte ich auch noch mal mehr üben, ohne sich abzulenken oder aufs Handy zu gucken, einfach wo man aus dem Fenster guckt oder noch nicht mehr aus dem Fenster guckt, sondern sich wirklich, äh, seiner reichen Innenwelt zuwendet, ähm, das kann sehr bereichernd sein und er meinte auch, es ist kein Wunder, dass es Leute gibt, die erst eine Woche ins Schweigekloster gehen, dann einen Monat und dann drei Jahre, äh, irgendwo hat er ja, glaube ich, auch gemacht, äh, im Urwald leben und ich kann mir das vorstellen, also ich kann mir das heutzutage auch mit diesem ganzen fucking Irrsinn, ich meine mal ganz ehrlich, was da gerade auf diesem Planeten passiert und schreibt mir jetzt bitte nicht wieder Verschwörungskontent, ich schmeiß euch, jeder, der hier Verschwörungskontent postet, fliegt bei mir raus, ich kann diese Scheiße nicht mehr sehen, aber gut, äh, gibt, glaube ich, keine Frage, wo auch immer man steht, dass man sagen kann, diese Welt ist einfach crazy, äh, ob jetzt im Großen oder im Kleinen und dass manchmal Menschen sich denken, boah, ich ziehe mich davon zurück und ich gehe einfach, äh, irgendwie auf den Berg oder in meine Almhütte oder ich weiß nicht was, äh, ich kann das verstehen oder ich gehe einfach in die Natur irgendwie und, ähm, also ich kann das komplett nachvollziehen, weil, also ich muss auch sagen, ich habe das unterschätzt, also was ich jetzt so, was man jetzt so sieht, also ich, ich weiß auch nicht, wie das alles zusammenhängt, weil ich habe, ich habe wirklich gedacht, wo die Pandemie losging, so ein kleiner Seitenstrom hier, habe ich gedacht, die Welt wird nie mehr so, wie sie mal war, ne, und das kam mir so im Kopf, ne, und, und jetzt sieht man immer mehr, auch wenn das alles gar nicht zusammenhängt, ähm, bitte kein Verschwörungskontent hier, äh, alles nicht zusammenhängt, ist so, die Welt, also jetzt hört sie schon mal gar nicht mehr, wie sie war, ne, nach dieser, äh, Kriegsgeschichte da, die auch noch läuft und, ähm, ja, und ich muss auch wirklich sagen, ich habe das unterschätzt, wie viel Ego und 3D und, äh, Macht und Dominieren und wie sie denn auch in der Welt ist, ey, da kann man, ähm, weiß ich nicht, kann man schon manchmal, äh, daran verzweifeln, aber sollte man natürlich nicht, ne, man sollte immer versuchen, vielleicht mache ich da auch nochmal so eine Meditation, so überlegt, ähm, sollte immer wieder versuchen, in eine gute Schwingung zu kommen und diese Schwingung auch in die Welt rauszuschicken und eine gute Schwingung ist, glaube ich, keine Angstschwingung auf jeden Fall, da mal dran zu arbeiten, aber mein Gott, ey, das ist einfach, ähm, ich weiß nicht, ähm, also in dieser Welt ist echt irgendwas, irgendwas schwer nicht in Ordnung und ich hoffe, wir kriegen das irgendwie noch hin, so, äh, finde eigentlich auch guten Mutes, aber, äh, es ist echt, also man kann, und ich finde, also ich sehe auch Parallelen wirklich vom Kleinsten, was man persönlich erlebt, wo man natürlich auch ein Teil von ist, ne, man kann das nicht immer auf die anderen projizieren, man soll doch immer gucken, welchen Teil spiele ich damit, ne, also, und, äh, und man weiß auch manchmal wirklich nicht, was ist falsch, was ist richtig, ne, das ist, wer kann das schon sagen, letztlich so, ne, aber man kann wirklich sagen, finde ich manchmal von, äh, Sachen, die im Privatleben passieren, bis zu dem, was auf einer großen politischen Ebene passiert, sind für mich exakt die gleichen Strukturen, nur mit anderen Auswirkungen, weil manche Menschen eben mehr Macht haben, so, und, aber letzten Endes geht das, glaube ich, alles auf, äh, eben, deswegen schließt sich der Kreis auch wieder, äh, dass man eben nicht mit seinem spirituellen Kern im Kontakt ist, dass man in der Trennung ist, in Schmerz, in Ego, in, ähm, weiß ich nicht, also allein schon, dass man meint, irgendwie so und solche Machtdinger gehen zu müssen, ähm, ja, ist letztlich, gehört natürlich auch dieser Anteil zum Menschsein dazu, aber ich hoffe, ähm, dass wir irgendwie mal wieder ins Gespräch kommen miteinander alle, ne, und, äh, keine Ahnung, und aufhören, ähm, anderen unseren Willen aufzuzwingen, naja, ich hab ein bisschen abgewichen, äh, aber in diesem Sinne, wir sehen uns mal wieder. Musik 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 Musik